Gönn dir. Danke dir. Also wirklich, muss das denn sein? Ja stimmt, sorry. Ach übrigens, da vorne um der Ecke, da ist auch ein Mülleimer. Ey, gönn dir! Okay. Ach hallo, du wirst schon erwartet. Nimm gerne einfach den Aufzug in den zweiten Stock dort. Hallo? Genauso jemanden wie dich haben wir gesucht. Echt? Jemanden, der Spitz abgeht? Ist auch ganz verlockend und lecker, aber das meinte ich nicht. Deswegen gönn dir Future. Es geht um meine Zukunft. Genau richtig. Also, bist du dabei? Abgemacht. Ist ja verdammt lecker, aber möchtest du das letzte Stück haben? Nee, nee, gönnt du dir mal.